Das längste Videospiel dauert 400 Tage, um es durchzuspielen. Wie ich schon in einem anderen Video erwähnt habe, nennt sich das Spiel The Longing. Und es dauert 400 echte Tage, um es durchzuspielen. Doch was passiert, wenn man cheatet und versucht die Zeit zu beschleunigen? Wenn du nämlich ein paar Tage skippen möchtest oder auch cheatest, sodass sich dein Charakter schneller bewegt, passiert folgendes. Du landest nämlich ganz alleine in einem ewigen Dungeon, weil du versucht hast, die Zeit selber zu manipulieren. Und das gefällt dem Spiel natürlich nicht. Das Spiel vergibt dir jedoch, indem du 400 Mal auf den gleichen Knopf draufdrückst. Nachdem du das gemacht hast, resettet sich alles wieder und du beginnst von dem Zeitpunkt aus, wo du begonnen hast zu cheaten.